herzlich willkommen zum marsch der ton ist ein bisschen lauter so wie ich spreche ich habe festgestellt dass auf feld 13 eigentlich geflügt werden müssen also bei hopfen pflügen gut tragisch die hausart läuft und ganz gut die wiesen 21 und 27 können gemäht werden dann werde ich jetzt die stadt und einsammeln und dann muss die ja nicht geschluckt werden nö die muss nicht geflügt werden das gut aber die beiden also dann die 20 warten bis es stufe 2 ist dann mähen und dann flügen denn jetzt schweißen wir ja geld weg so kurz kraft geben ich würde ja das leise fürchte fürchte gefühl ich kann man mit oder war aber also hier ist gedüngt alles fertig gehen wir vorne und einsammeln jetzt die wiesen umflüge also schade weil er schon wieder bereit zum mähen ist können wir lieber flügen vorbereiten gedanklich und dann machen wir das mal fertig also abmähen und dann her flügen die krale mache ich nur einfällt auch mit 13 dann kann man auch hier so machen oder sowas in der richtung aber ich glaube habe ich schon gemacht glaube ich weltfrüchte blau dinkel dinkel habe ich da 1 weizen dinkel und weizen okay bei dem stroh da wären dann mal war nicht schlecht kostet 19 naja jetzt ist es 10 uhr die aussage aber noch bei normaler geschwindigkeit arbeiten wenn die aussage fertig ist tag über wenn man gar nicht verlaufen lassen können wir uns auch gar nicht sie gucken wie ich habe es war mikrofon deaktiviert ausschalten heißt aber auch theoretisch dass ich nach benutzung und schalter ausschalten muss sonst nicht noch leer mal gut das ist nicht ganz so tragisch ist ja schnell auf klar wieder armen ton das könnte etwas leise sein alles das gibt mir nicht bewusst ganz schlimm woanders geht es nicht dann lenkung wenn auch im spiel raus gehst und was zu schalten zu machen hat die lenkung deaktiviert wieder links ganz kurz zum lenkrad aufschlagen jetzt gerade getan so 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 stunden noch nachfüllen da muss ich auch noch ein kurs einstellen die saatguts selbstständig holt und jeder ein bisschen ja auch sehen kann so wie ein paar bahn wieder herfahren und die anders 2 genau drauf ja also auch geld war das bgh die folge nicht so kurz wird nicht lang und ich kann sicherlich stunde spielen aber ich daran denke hochladen anhänger ballen sammler lkw achten anhänger meint er den dolly so das können wir gleich gerade ausfahren ja das machen am besten weiß ja noch nicht genau er schmeißt ja alle bahn ein mein problem ist dabei ich weiß nicht wollen 70.000 reingeht hinter die alle an oder macht das nicht das heißt die anrest verschwindet halt dafür äußert blöd das ist jetzt vollgas das ist die gute frage die feld 14 15 aussehen so vollgas ich könnte jetzt voll riskieren dann müssen wir die gelten rechner nähe ein habe ich eben achten auf der nase rechnung aus 68 mal 4.000 auch kurz schnappen meine reine 68 bauern sehr viel ja das kann ich dann aber sehr viel das heißt 900 pro tausend wieder sind 1000 das ist jetzt der zweite ich muss mal alles rein so die morgen zweiten die alles an alles hier ankommt haben wir 10 uhr gut vor gas auch ein tag hat ein bisschen gewöhren dürfte wo sie wieder ausschalten länger auch wenn man gekommen sind aber hier schlagen das geld von bj gleich kriegen würde das verbessert man kontrolle auf krebs ankommen dann ist er auch fast fertig mit aussah 9 prozent die klappt so von vorne set mal drücken so wenn die aussage fertig ist jetzt gleich zum nächsten feld ein bisschen drehen heißt wir können ruhig ein bisschen beschleunigen wir können jetzt auf die fünf gehen auf fünf dann machen wir mal päuschen geben wir hier auf den kollegen der aussaat mein gewicht von die marmor der quer voll und da gibt es auch 15 und dort werden wir was anderes einpflanzen jedenfalls wäre ganz gut gewesen gepflegt von mir also nach hopfen muss man flügen jetzt erste soja bohnen öl rette ich nicht das auch nicht hopfen haben wir schon gehabt trocken auch dicken auch aber jesse röse so wie gesagt da brauchen wir einen stroh ich überlade links hier ob wir auch gleich stroh verkaufen können dann brauchen wir keine ball pressen ruhezeit 17 tschuldigung so und in von der luftschaft das soll es für heute für die heutige frau gewesen sein ich hoffe hat gefallen würde mich freuen wenn es ein like geben würde abo wäre auch nicht schlecht ich sage schon mal danke ich will jetzt nicht einladen verstehe ich nicht gut ansonsten noch ein bisschen wingerige bis denne ciao bis zum nächsten Mal